... der gesehen, je solchen Vogel spähen oben von der Zimmertür. Einen Vogel von der Büste über seiner Zimmertür, der sich nannte Nimmermeer. Ich heiße Peter Forrest und wohne in Ottawa in Kanada. Der Rabe hat mich und meine Musik sehr inspiriert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020